Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare 2. Ich bin Ram und heute spiele ich den Spezialauftrag Vorstoß und Sichern und selbstverständlich wieder auf Veteran. Brechen sie durch die feindliche Verteidigung in den Gulag ein und entkommen sie. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Ja, aber ich werde versuchen euch zu zeigen wie es geht. Und zwar werde ich es in einem Speedrun versuchen, was einiges einfacher ist als alle Gegner hier auszuschalten. Also Daumen drücken und los geht's. Ja, als Waffe empfehle ich euch hier auf jeden Fall die Striker. Damit kann man die ersten Gegner super wegfetzen. So, los geht's. Die ersten Schüsse alle in die Mitte. Den hier vorne natürlich auch mitnehmen. Den auch eine Granate. Und hier erstmal in Deckung nachladen. Das muss auch alles ziemlich schnell gehen, weil oben rechts und links auch Gegner kommen. So, auf Granatwerfer umgeschaltet. Und nach vorne schon das Ziel. Einfach durch, 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 durch. Ha, und geschafft. So einfach kann es sein. Aber ihr werdet sehen, da braucht man doch einige Versuche. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich tierisch über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo freuen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ran. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.